hallo ich bin zusammen und herzlich willkommen zurück zu let's play an der tod 2 in dem wir kurz davor stehen das zentrum zu stürmen bisschen heftig da müssen wir kurz weiter hier rüber schnapp uns noch ein bisschen was hier vorn natürlich ist ein bisschen overkill aber was soll es das kriegen wir schon hin dann können wir wieder beleben okay dann machen wir es auch und go 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 ich wollte gerade sagen leute ich bitte euch lasst es krachen und einen schnellen durchgang sogar bekommen dass ich doch gerne zum portal direkt hierher laufen so jetzt muss aber ein bisschen besonder werden ich glaube da drin waren kanonenturm und kanonenturm sind niemals lustig überhaupt niemals sogar ich weiß enge der schlacht ich weiß ich weiß das ist einfach nur ein massaker so schaust ziemlich aus ja da muss ich raus da muss viel spaß damit ich glaube an euch dann mache ich hier doch ein bisschen was hinzu mit kommen wird kommen mit kommen ein bisschen zauber um damit ihr auch etwas treiben könnt ich merke schon das ist nicht ganz einfach die nächsten paar beschwören weiter angreifen immer schön da rein wir können doch noch sagen wenn wir schon mal noch welche übrig haben ja ich bin doch darum und noch irgendwelche skelette hier ich glaube ich finde ich mir 46 einheit nur noch vom gegner um mein gottes hätte jetzt zu gerne ist das ist zu gerne mit komm mit komm mit komm go 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 können wir vielleicht 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 das hier machen ja das können wir habt euch hab euch hab euch erledet auf erledet auf alles klar ihr hier mitkommen mit kann mit kommen go 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 und weiter alle mann dann alle man da nein egal es ist alle man da nein jetzt haben wir die macht bevor mit noch mehr ritten ankommen ich bitte darum war ja noch das energie kristallischen fonds med denn warum nicht weiter angreifen immer schon weiter angreifen immer weiter angreifen ich gar mit wie vielen immer weiter angreifen hallo geheimnis hallo geheimnis macht bitte diesen linken bereich vor uns fertig bevor darüber angeht oh meine güte hallo kathedrale hatte ich noch das war jetzt aber mehr als brutal also haben wir schon wieder kein platz mehr ok 18 18 18 18 18 18 18 18 sachen dann sagen wir noch weil so viele davon haben und schützen und noch mal einen sonne das klingt ja fast nach als könnten wir angreifen die kathedrale ist offen aber es ist die kathedrale deswegen werden wir es das einzig sinnvolle in der stütze machen und dann gibt es einen kleinen moment ich muss meine richtige armee holen die armee alle armeen weil anders können wir es nicht beenden so ich hätte gerne alle entlassen dankeschön lieben gerne lieben gerne go 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 dann sagen wir nämlich wo sind wir da zu hause bei dir hier so gebäude betreten ich benötige hühner 2 zu ordnen skorpione sind desto hier greifen schneller an das wird das hier unten alles ok wir tun euch entfernen wir tun dich entfernen dich entfernen und dich entfernen wir gehen aufs maximum ich möchte skorpion bär tisch eingreifen schneller an freischalten und aktivieren gilt nur für bär gilt für beide stelle ich gerade fest was ist das heilung wenn jemand stirbt ok das schon mal gut schon mal gut skorpion das auch nicht das auch nicht tisch hier kampf wunderbar pro wolf treffer punkte von bären das sind wolfsrudel die jungen mich ganz und gar nicht bären 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 wölfe ok das heißt führt die tiere haben wir alles soweit freigeschalten damit wir die hühner auf maximum bekommen können alles klar kann man das noch einfach sagen wo reinstecken denn warum nicht zack 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 und war soll ich benötige dich hier ich bereite nicht dich hier ich brauche das hohen es geht nichts über das hohen ich bin mal kurz beim beschwören fürst warum bist jetzt du bitte da verschwinde ich brauche hühner ich brauche die gefährlichsten hühner auf dieser welt hallo framerate ok so ich habe meine hühner armee ich hatte noch was treffpunkte von tierenheiten werde erhöht dafür gebe ich das hier auf ich habe 32 prozent das ist es mir wert das ist mir sowas von wert theoretisch könnte es noch mehr machen du hast das geldbuch triffung der commande kardavereinheiten das brauchen wir jetzt auch nicht können ein buch machen für sie ein buch für die hühner einmal wieder da hoch zack hallöchen maximum ausgebaut wunderbar soll ich oder habe ich sogar sowas muss ich gerade mal gucken vielleicht besitze ich sogar ein hühner buch irgendwo in meinem lager hier da ist nix da ist auch nix schau mal doch mal tiere hmmm okay sein hätte er sein können macht nix guck mal okay wie viel habe ich überhaupt ich bin 554 hühner ja doch das ist ich finde es ist eine richtige anzahl wichtig und richtig an der stelle ähm wir benötigen brauchen wir auch schädel ja eigentlich nur ein buch eigentlich nur ein buch wenn wir da was gutes finden könnten okay das besos buch ist schon mal nicht schlecht aber ich brauche was mit tieren ich meine bücher bieten passiv wohnen ist wenn sie ausgerissen du und deine horte erhalten wir schon gegen schaden von feinem wurf spären das ist jetzt sind wir mal so schlecht sich nicht mehr mit ich nehme mit wir für noch einmal neue irgendetwas für meine leutchen hier gibt es da nix hmmm wenn ich gerade so leise bin ich bin gerade ich dann gucken irgendwie muss es doch was gutes geben auch irgendetwas wir können dich nutzen als upgrade von ja ich brauche noch was blaues noch dichter nach nutzen erfahrung abklingt zeit ich habe noch nichts mit tieren ich habe noch nichts mit tieren ich habe noch nichts mit tieren nicht das was ich mir so vorstelle sagen wir es mal so okay dann machen wir einfach noch dich hier wunderbar so guck mal guck mal was muss da zusammen wechseln können schmiede ich hätte gerne blaue bücher wir besitzen da ist es bei uns liegen gestand gegen pfeile ja 31 dann haben wir noch hier beliebte gruppo streffpunkte erhöhen erfahrung um zu einem gelben zu kommen das wäre dann quasi das hier zum beispiel 31 zu 24 ist gekauft gelehrten buch alles klar sagen wir das gelehrten buch zusammen mit um link buch ich fasse das gleiche starb hoch zum buch der hürden ist gerade richtig sehe ja wir werden es dort reduziert wunderschön 31 starb ging schon ab hier stand ja ich habe jetzt nicht so ganz wichtig aber was soll es wenn wir dann jetzt noch ein weiteres buch hätten aber nicht okay ähm schaut das aus wenn ich das anlegen würde das neue ja das stellen wir uns da nein zum glücklich sein das ist das alte buch die ist in Ordnung das ist alles genau so in Ordnung dann bräuchten wir jetzt noch einen weiteren skelett kopf wenn wir da was guts finden köpfe 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 also man da im angebot trefferpunkte erbeutet das münzen trefferpunkte ah hier trefferpunkte von tieren erhöhen oh das ist schon mal gut kommand aus wie kommt direkt was besseres von tieren 176 starker schädel skorps best was man gerade haben kann oder ihr das ist ein starker schädel das heißt trefferpunkte von tierenheiten wird erhöht ja ja so das haben wir zwei blaue und die zwei blauen sollen zu einem gelben werden da sagen wir einfach schaden vor allem so das passt okay das klingt mir nach einer guten sache ich hoffe es funktioniert auch wir sagen schädel nummer eins ist tier trefferpunkte nr 2 ist die dominanz und dann sagen wir bitte werden gerne die mörderschild obendrauf bingo starke schädel der dominanz so mit dem starken schädel der dominanz mit dem starken schädel der dominanz massiver schädel ja das kommt als nächstes dann den kaufen wir einfach nur damit man haben das ist quasi umrüsten können sagen wir primär starke dominanz dazu hätte ich gerne ähm dich hier um danach den mörderschild rein zu machen 30 37 100 schau doch mal dadurch bekommen wir trefferpunkte von einheiten 29 prozent das zweite bekommen wir dazu kapazität 80 gold ich würde mal sagen ja das heißt so viel wie wenn wir jetzt quasi ihn hier anlegen finde bis ein kapazität aber wir erleiden dann jede menge zack hier hinzu passt alt neu ähm go 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 das ist mir egal das ist mir egal schaden von einheiten das wäre interessant eigentlich was soll es so 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 und wir haben dich hier so unsere tiere sind aufgerüstet schade es wäre jetzt schon schön gewesen aber was soll es wir haben genug 535 hühner angriff wir werden angreifen turm der strecken wenn wir mit dieser hühner armee nicht besiegen können dann machen wir etwas oh mein gott schaut mal auf den radar ich glaube die 500 hühner werden gar nicht richtig angezeigt ich glaube es mal nicht solle und wir gehen rein auf die kathedrale eine grande finale das wird sie habe ich aber auch to victory okay das ist interessant mehr als interessant ähm wir können doch ein bisschen mitmachen das könnt ihr mal wir verlieren bloß ziemlich viele stelle ich fest mit ziemlich viel meine ich auch ziemlich vielen aber sie sind nicht aufzuhalten sie sind nicht aufzuhalten die nächsten paar dankeschön 34 weitere haben wir noch übrig komm mit alle her komm mit alle her die nächsten paar oh mein gott ok können wir dann noch mehr haben können wir noch mehr davon haben meine güte wo sind wir zu hause da sind wir zu hause attacke alle hühner angreifen alle hühner angreifen nichts mit uns nicht mit uns nicht mit uns und die nächsten holen ja ich habe zu wenig hühner ich habe definitiv zu wenig hühner go 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 die nächsten paar müssen her das wissen muss vernichtet werden nichts darf übrig bleiben oh mein gott ok es scheint ja relativ gut zu funktionieren eine gute axt ok wenn diese sagen dann muss es ja stimmen dann müssen wir noch mal zurück wir brauchen noch mehr hühner wir haben das problem wir haben nicht genug hühner für die aktion ähm eventuell rechts rum ja beides könnte das könnte vielleicht nur funktionieren joo hey glaube ich spinn schön aufhören damit schön aufhören damit die sind echt gut wenn es darum geht massen zu heilen nein und nochmals nein oh entzahft was ist die mit voll schon wieder 18 22 oh halte ich in 22 mal haben sie pro einheit der horde äh nein du bist wieder da will 18 bloß das ist alles unnütze da weinheiten braucht auch keiner ich weiß nicht mal darüber hin ok dann aber noch mal zurück ein klitzengleich wir haben es gleich wir haben es gleich ja wir müssen sie nein warte mal ah nein noch mal zurück noch mal zurück hier hat nichts mehr gelebt ich habe es gerade eben gesehen es hat nichts mehr überlebt ok noch einmal der endgegner das ist kein weiteres lebewesen hier ok und einmal kurz zurückgehen frage ist ob mein mega objekt noch schmieden können theoretisch aber ich komme nicht höher als das hier ich brauche immer das 1 für die seltenheit stufe ich es richtig gesehen habe ja was soll es was soll es das kriege man schon irgendwie hin ich muss nur genügend hühner haben wenn ich das richtig sie haben sogar rüstung an also ich will nichts sagen aber die horde ist mehr als voll gut die horde ist voll los geht's noch mal 500 dünnen angreifen jeder davon voll gepumpt bis zum umfallen ich sage nicht nein dazu solle dann sagen wir doch auf auf und davon schau doch mal wer ist sie hier drin wenn wir das leben schwer machen benedictus verfluchte dämonen der zeit ist gekommen bei der macht von orcans schädel bringe neues leben und vernichte das böse über hilfe über hilfe über hilfe ich würde gerade sagen poche doch mal ein bisschen hier rum ich kümmere uns da mal um die nachschube hier ja nein hör auf hör auf damit hör auf damit meine güte es ist ein bisserl unschön ein bisserl arg unschön sogar ok ok das hört nicht ganz so hin wie ich es gerne hätte ähm weg mit euch wir gehen da so ein bisserlchen die die tiere aus oje 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 ach ernsthaft moment moment die hünder durften nicht mal rein ok das ist betrug das ist massive betrug an mir aber sowas von ich möchte hier bitte einmal dankeschön ach 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 ich brauche noch mal ein paar zörtel jetzt da und nochmal naja witzka greif wiegt hier an wie bist du dazu fähig unheut schädel von orcans ich befehle dir die enge der schlacht zu rufen und uns zu beschützen äh was oh gott wie soll ich nötigen so viel ja 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 das funktioniert so nicht dies funktioniert so nicht ähm ich brauche meine hühnerarmee ich benötige meine hühnerarmee sonst würde das nämlich nix ja er war abzusehen wenn ich nicht mal meine komplette armee bei mir habe wie soll ich das bitte schaffen ich hätte vielleicht einfach nur warten sollen bis alle drin sind macht nix kriegen wir schon irgendwie hin wir müssen noch ein bisschen läppeln aber ich bin schon 21 also von dem her mir ist nicht gerade schwächste was hier rumläuft jetzt sind jetzt wieder alle da oh man ich würde gerade sagen leute 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 weiter 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 los 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 die nächsten zwei stück die schaffen wir noch die schaffen wir noch go 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 einfach nur go 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 und bingo was achso ja weg und weg und weg bingo macht sie kaputt macht sie alle kaputt ei 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 ok nächsten zwei und wir können schon wieder sagen natürlich weg 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 und nochmal ein paar stück daher wurde go 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 ab nach hinten anstrengend unsagbar anstrengend noch 20 stück sind hier ernsthaft die nächsten paar beschwören immer schön fleißig nach vorne durch dann wird's auch was da geländigen geländigen und noch mehr holen weil es funktioniert irgendwie und in bestimmte art und weise so jetzt da aufrüsten und nochmal nachgucken vielleicht haben wir sogar einen zauber der die Tiere aggressiver macht noch aggressivere Hühnchen ähm das muss ich den Runen runter einmal zu ihm hier kurz hingehen hatte ich ihn aber auch ähm Runde Verziehung da bin ich schlecht schaden wir auch was interessantes Vampirismus oh nice ok das machen wir Vampirismus für die Hühner plus noch die ähm Erstschlagfähigkeit ich glaub damit haben wir es Oh mein O Yah nein ich tue schon wieder verschwinde ich brauche Hühner nicht dich chmons So diesmal diesmal kriege wir Sinn ich muss sagen gefragt schwer es ist wirklich schwer hier ihn allein zu besiegen okay mit kommen wir müssen hier rein alle zusammen müssen wir alle rein so gut 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 ok können auch ein angriffsbefehl rein machen das mindestens genauso gut oh mein gott ok sind jetzt alle drin sind alle drin dankeschön und los geht's angreifen zeigt ihm was in euch steckt bewegt das durchaus schon so ein bisschen mit ausgeblich zu so immer die meisten probleme machen die müssen direkt ausgeschaltet werden da und da und da und da jetzt zwei fall jetzt auch direkt weg weg mit ihr weg mit ihr aua 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 okay okay ja schon klar wir müssen noch mehr angreifen müssen mehr angreifen 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 je nach der drüben item moment ist schon wieder voll ernsthaft 18 18 18 22 4 wissen mich für gar gern hier 144 nicht ganz so schlecht aber trotzdem und noch nicht ganz so was mir hofft hatte ok wieder weg wieder weg wer wird jetzt müssen wir ein bisschen auf zeit spielen ich glaube nämlich dich kann man nicht angreifen oder nein die ich nicht also mal hinten geld ok wir können auch glaube ich nicht fliehen oder wir können auch nicht fliehen momentan soll ja die engel werden jetzt besporen hat es unkünchtig besagen mich so das war meine hühner das war meine hühner das mich nur dass mich nur dass mich nur komm mit hühnchen wir müssen müssen raus ich will raus 22 mir fehlt doch bis das mal stelle ich gerade fest wenn ich jetzt gerade keinen mehr habe kann ich ihn soweit wieder machen kann ich ihn wieder reinsetzen das ding ist schon recht gut ist schon richtig gut schaden das kind ist etwas was wir machen pirismus habe ich nicht momentan schade die knochenmauer ich die frage wie machen wir das am klügsten und am durchsten ich habe auch nichts mächtiges gerade da theoretisch sind die tempo aber der schaden ist halt ziemlich nicht so gut sie werden sich auch nicht heilen können ja gut dann bist du was mein kurz kann das könnte mich noch ein bisschen dauern bis nicht mach es gut und wie immer tschüssi oh gott oh gott bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.